Also herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Gürsäu. Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie unser Neuropsychiatrisches Zentrum in Riem besuchen. Das ist eine große Ehre für uns. Wir haben Ihre ganzen hervorragenden Leistungen in der letzten Zeit immer mitverfolgt. Sie sind Medizinerin des Jahres. Sie haben auch einen tollen Frauenpreis gewonnen. Sie haben auch einen Gewinnerin-Award. Es hat uns sehr gefreut, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, sich mit uns auseinanderzusetzen, das Zentrum zu besuchen. Und jetzt würde ich einfach mal an Sie weitergeben. Sie waren ja jetzt schon, haben einen Rundgang gemacht und dass Sie vielleicht ein bisschen sich selbst nochmal vorstellen und ein bisschen, wenn Sie möchten, was über uns erzählen. Sehr gerne sogar. Ich bin Frau Gürsäu, ich bin Herzchirurgin und ich bin jetzt dabei, auch zu planen, ein Kunstherzentrum zu gründen. Und umso besser und schöner ist es für mich natürlich schon, ein etabliertes Zentrum zu besuchen, auch wenn es mit meinem Fach vielleicht indirekt nichts zu tun hat, aber direkt sicherlich dann schon. Insofern, dass auch unsere Patienten, Herzpatienten sicherlich eine psychologische, präoperativ und postoperativ unbedingt brauchen, vor allem Kunstherzpatienten. Und es macht mich natürlich auch stolz, dass Sie hier so ein Zentrum aufgebaut haben. Ich will es Ihnen nachmachen und ich hoffe, das funktioniert. Es bedarf natürlich auch viel Netzwerken. Und ich danke auch Herrn Nipplohr, dass er uns heute hier zusammengebracht hat. Und ich kann mir hier nur viel abgucken. Und es ist auch toll, was Sie hier für Migranten tun. Das ist auch eine enorme Leistung, die Sie hier aufbringen. Und es ist nicht jedermanns Sache, auch ehrenamtlich zu arbeiten, was Sie auch hier tun, wie ich das verstanden habe. Und es ist halt schön, auch für diejenigen, die neu kommen in dieses Land, so wie wir unsere Eltern damals. Wir wissen, wie es sein kann, wie es ist. Und wir müssen halt auch, glaube ich, unsere Vorbildfunktion erfüllen hier in Deutschland. Das tun wir auch, glaube ich, Sie schon ein paar Schritte mehr als ich schon vor mir. Und wie gesagt, ich möchte auch ein Kunstherzzentrum gründen und gucke mir alles an, was erfolgreich ist und möchte das gerne nachahmen. Ja, Frau Dr. Gürsoy, ich bin also ganz stolz auf Sie als türkische Kollegin, die sozusagen auch in eine Männerdomäne, in ein männliches Fachgebiet gegangen ist. Ich habe ja auch in der Chirurgie eine kurze Weile gearbeitet. Und natürlich, mein Zentrum ist jetzt hier auch mit einem Schwerpunkt auf Migranten. Also wir sprechen acht Sprachen. Wir sind offen auch für Menschen aus allen Schichten und mit allen Problemen. Wir haben Neurologie, Psychiatrie, psychosomatische Medizin, Psychotherapie. Und wir haben eben auch sehr häufig eigentlich auch mit den operativen Fachgebieten zu tun. Wir haben viele Krebspatienten, die nach der Operation zu uns kommen. Wir haben auch viele Herzpatienten, entweder mit Herzneurose oder eben Herz-OP und kommt wieder nicht ins normale Leben zurück. Und dadurch haben wir auch so eigentlich einen ganz guten Anknüpfungspunkt. Und ich bin wirklich ganz freudig, dass Sie dieses Herzzentrum gründen möchten. Wir werden Sie unterstützen, so gut wir können. Zum einen haben wir sehr viele Patienten natürlich, die davon profitieren würden. Und zum anderen denke ich, ist es überfällig und auch die Fachspezialisierung, die Sie haben. Also wir haben einfach sehr viele Menschen, die dort Probleme haben und zu wenig Unterstützung. Und ein anderer, für mich sehr wichtiger, für mich persönlich wichtiger Aspekt. Ich frage mich, wo die ganzen Frauen in der Medizin bleiben. Es gibt ja, ich glaube mittlerweile deutlich mehr als die Hälfte der Medizinstudierenden sind Frauen. Und es gibt so ganz wenig Chefärztinnen, wie ich es jetzt geworden bin. Ich habe sieben Fachärzte, die für mich arbeiten und mehrere Assistenzärzte und fünf Zulassungen. Also wir haben zwei Niederlassungen in München. Und die Sie sind ja sozusagen auch jetzt auf dem Weg, Chefärztin zu werden und haben es absolut verdient. Und ich freue mich natürlich für jede Frau, die sozusagen in der Karriereleiter hochklettert und insbesondere auch als Migrantin. Weil ich glaube, es gibt wenig Frauen mit Migrationshintergrund wie Sie und mich, die eigentlich auch in Führungspositionen sind. Also ich wüsste gerne, meldet euch bitte bei uns, dann können wir ein Netzwerk gründen. Also es gibt natürlich in der Medizin einfach auch, gerade in den chirurgischen Fächern, denke ich auch, schon nochmal eine Männerbelastung, oder? Ja, Belastung vielleicht, also es ist schon ein männerdominierter Bereich, die Chirurgie und speziell in die Herzchirurgie. Aber man muss sich auf seine Talente berufen und das tue ich. Ich bin eine gute Chirurgin, das habe ich schon mehrmals bewiesen. Und ich bin auch, glaube ich, was mich so viele auch von vielen abgrenzt, auch sehr emotional und human zu meinen Patienten. Und das muss wieder modern werden. Und das geht mehr und mehr im Krankenhaus auf dem Bereich verloren. Ich sehe es und keiner kann mir sagen, nee, das ist nicht so. Und es ist umso wichtiger, dass wirklich Leute an Führungspositionen kommen, die wirklich natürlich Talent haben, dass über das, was sie da sprechen, auch wirklich können, so wie wir. Und aber auch das humane Menschliche mit sich bringen und ein Gewissen auch mit sich bringen, weil das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, dass wir Patienten aufgrund ihrer Erkrankung therapieren und nicht aufgrund ihrer, also wir müssen nicht bei jedem Patienten sofort die Eurozeichen sehen, was viele uns vorschreiben. Ich meine, auch die höhere Regel so ein bisschen. Aber wie gesagt, das müssen wir durchbrechen. Das können wir nur, wenn wir halt Führungspositionen innehalten und inbekommen. Und es ist nicht einfach, keiner setzt uns da einfach hin. Wir müssen uns unseren Weg schon selber suchen. Aber dieses Land bietet uns und unseren Eltern schon vorher schon auch und uns jetzt auf einer anderen Ebene, auf einer akademischen Ebene jetzt die Möglichkeiten, das zu erreichen. Und wenn wir das wollen und mit Fleiß dahinarbeiten, wird das auch funktionieren. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Und die Unterstützung der Frauen untereinander ist auch ein ganz großes Thema. Denn auch ich habe immer öfters gesagt, dass ich unterstützt wurde oder gelernt habe von vielen männlichen Mentoren, was auch gut war. Deshalb bin ich da, wo ich jetzt bin. Aber letztendlich zur Positionierung in den Führungsetagen brauche ich dann doch mehr Frauen. Und ich merke auch in den letzten zweieinhalb Jahren, was Frauen alles untereinander bewirken können. Und das nehme ich mir zum Anlass, das genau so zu tun. Ja, sehr schön. Ich freue mich. Wir sind immer da zum Austausch, für Unterstützung. Und wenn wir irgendwas gemacht haben sollten, was ich gar nicht glaube, was Sie noch nicht gemacht haben, dann sind wir natürlich sehr gerne da, um sich zu unterstützen und freuen uns, wie gesagt, über die Kontaktaufnahme. Ja, ich freue mich auch sehr sogar, weil auch gerade das Thema psychologische Probleme bei Herzpatienten war in den 80er, 90er und bis in die 2000er irgendwie kein Thema. Und jetzt wird es zum Thema und ist es zum Thema. Und gerade wenn man neue Herzen transplantiert kriegt oder Kunstherzen implantiert kriegt, diese Patienten brauchen die psychologische Betreuung und vor allem die Angehörigen, die natürlich mit im Boot sitzen, den Patienten selber. Und das darf man heutzutage einfach nicht vernachlässigen. Und da bin ich jetzt nicht nur Chirurgin, sondern wie gesagt auch der Mensch, der sagt, das könnte dir auch alles passieren, wie würde das deine Familie verkraften und ähnliches. Das darf man nie außer Acht lassen, glaube ich. Und deshalb umso wichtiger und ich würde mich auch unheimlich über meine Kooperation freuen, wenn es dann soweit ist, weil, wie gesagt, man ist eine Symbiose und so muss es sein und kann es auch nur laufen. Und es gibt ja auch sehr viele Studien darüber. Also ich habe jetzt immer wieder auf unseren Kongressen mir angehört, Studien über Krebspatienten oder alle möglichen chronischen Erkrankungen bei uns. In der Neurologie haben wir ja auch Multiple Sklerose-Patienten. Wir haben im Prinzip alle möglichen chronischen Erkrankungen, in denen die psychologische Betreuung einen signifikanten Vorteil zeigt gegenüber den Patienten, die diese Behandlung nicht genießen. Und genau das Gleiche ist sicherlich bei Herztransplantationen etc. Und dadurch haben sie ein besseres Behandlungsergebnis. Und es ist auch so, gerade bei Migranten, die müssen auch adäquat aufgeklärt werden vor der Operation, am besten muttersprachlich und auch einfach mit all ihren Ängsten. Und dann gibt es auch viel weniger postoperative Komplikationen. Auch das ist ja wissenschaftlich erwiesen. Und das ist natürlich toll, wenn sie da jetzt schon sich Gedanken darüber machen. Das heißt, dass sie absolut interkulturell kompetent sind und auch natürlich da auch das ganze Psychologische auch sehen als einen wichtigen Erfolgsfaktor. Das ist natürlich von vornherein klar, dass das bei ihnen perfekt laufen wird. Nein, nicht von Ischallach, sagt man ja bei uns. Und das hoffe ich natürlich auch sehr. Weil wirklich, allein schon, wenn die Aufklärung zehn Minuten länger dauert, ist das schon ein Rieseneffekt. Und das wissen vielleicht viele Kollegen nicht oder aufgrund des Zeitdrucks auch, was man jetzt auch hat in den Krankenhäusern. Aber die muss man sich einfach nehmen, wenn man Erfolg haben möchte. Denn jeder Chirurg will eine gute Quote haben, sage ich immer, am Ende des Tages. Und das ist nicht nur das chirurgische Handwerk, sondern auch das andere. Und das spielt eine enorme Rolle und das sehe ich auch jeden Tag. Und je gut optimiert oder optimistischer Patient in die OP reingeht, umso besser verläuft auch die OP. Ja, ich bedanke mich für Ihren Besuch hier und für die tollen Gespräche und für die wirklich sehr guten Pläne, die Sie haben. Und wir sind dabei. Also wir haben beschlossen, dass wir Sie auf jeden Fall unterstützen werden mit unserer Kompetenz. Und natürlich auch emotional sind wir sehr stolz auf Sie und würden gerne sehen, dass das alles Erfolg hat, was Sie machen. Und sind sehr gerne auch bereit zu kooperieren. Und wer weiß, vielleicht sind wir dann auch beteiligt an Ihrem Unternehmen, was ja dann in NRW wahrscheinlich stattfinden wird. Das macht für mich keinen Unterschied. Klar denkt man erst an NRW, weil ich aus NRW stamme. Ich bin gewürdige Neusserin und ich würde das gerne versuchen, in meinem Heimatbundesland unterzubringen. Aber ich sehe das auch ein bisschen geschäftlich. Und der Laden muss ja in irgendeiner Form laufen. Ich möchte, dass es eine gute Umgebung für unsere Patienten auch ist. Und ich sage immer, da wird das Schicksal entscheidend. Es kann auch in Bayern sein. Oh, das wäre natürlich für uns das Allerbeste. Dann müssen wir jetzt alles tun, um sie zu uns nach Bayern zu holen. Das wäre natürlich das Beste, weil hier, glaube ich, auch definitiv ganz wichtige Kooperationspartner schon sind. Und auch Möglichkeiten sind und sicherlich das Klientel sowieso schon händeringend sucht und wartet auf kompetente medizinische Versorgung. Also nochmal herzlichen Dank und bis auf Weiteres. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank.